Einmal einen schönen guten Tag, Freude, ich bin in diesem Schloss, Marc von Kunst, ich grüße euch. Ich hatte ja zuletzt über das Vivo IQ 9 Pro gesprochen. Und das sieht ja erstmal aus wie so ein ganz normales Flaggschiff. Als Besonderheit ist es eine Kooperation zwischen Vivo, also BBK Electronics, mit BMW, BMW Motorsport. Deshalb sieht das ja auch so fancy aus und deshalb haben wir ja auch hier so die BMW Farben. Das ist aber nur eine der Besonderheiten. Es gibt auch eine technische Besonderheit, mehr oder weniger. Eigentlich würde ich euch nur mal so auf den Laufenden halten über die aktuelle Entwicklung in Bezug auf einen Fingerabdruckscanner. Der Fingerabdruckscanner, also die erste Generation war ja in der Regel, okay, nee, das stimmt eigentlich nicht so ganz. Ich muss zugeben, jetzt denke ich schon selbst in den Apple-Bahnen. Mal kurz gezeigt, viele glauben ja, die erste Generation Fingerabdruckscanner, das ist halt so der typische Homebutton von Apple. Und dass der Homebutton gleichzeitig den Finger halt einscannen kann, womit wir wiederum das Gerät sperren bzw. bei Bedarf halt entsperren können. Das stimmt aber soweit gar nicht. Der erste Fingerabdruckscanner befand sich tatsächlich, wie dann halt später auch, auf der Rückseite. Und zwar beim Motorola Atrix aus dem Jahre 2011. Hier mal kurz gezeigt, es ist eine recht eigenwillige Platzierung, nämlich direkt auf der Kante, auf der oberen Kante vom Gerät. Schaut mir sogar noch der Aufkleber drauf. Motorola Atrix, das wollte ich euch eigentlich mal vorstellen. Das Gerät ist unglaublich innovativ. Das Gerät kann ich nicht über eine Dockingstation an meinen Display anschließen. Und da habe ich dann ein vollwertiges Linux. Geil, oder? Wenn ich mal Zeit habe, mache ich doch ein Video. Aber jetzt habe ich ja Urlaub. Im Übrigen, witzigerweise, hat das von mir gezeigte iPhone 5 hier nicht mal den Fingerabdruckscanner. Das ist tatsächlich nur ein Homebutton. Erster Nachfolger, das iPhone 5s, welches dann Ende 2013 vorgestellt wurde. Zwei Jahre nach dem Matrix. Also das iPhone 5s, das hatte dann den allerersten Fingerabdruckscanner in einem iPhone. Apple kam also damit bedeutend später mein iPhone 5 hier, was ebenfalls nach dem Atrix auf den Markt kam. Das hat hier nur eine ganz normale Haupttaste. Das konnte ich halt nur über einen Pin halt sperren, als Beispiel. Nun, der Fingerabdruckscanner hat sich weiterentwickelt. Das ist ein Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Und hier befindet sich der Fingerabdruckscanner unter dem Display. Okay, das kann man hier gut erkennen. Per Bewegung wird das Display aktiviert. Das ist jetzt hier gerade nicht Always On. Und da wird einem sofort angezeigt, wo man den Finger halt hinsetzen muss. Ja, seht ihr? Jetzt ist es aus. Zack, kurz bewegt. Es ist an. Und schon bin ich im System. Mehr oder weniger schon. Ihr seht, er ist recht langsam, der Fingerabdruckscanner. Er ist vor allem langsamer, als der gute alte mechanische Fingerabdruckscanner. Auf der Rückseite vom Gerät oder auf der vorderen Seite vom Gerät, so wie es bei Apple der Fall ist. Bei Samsung war das aber genauso. Bei Samsung hat das dann auch gemacht, den Fingerabdruckscanner unter den Homebutton. Nun, die Technologie wurde dann aber später verbessert. Wie zum Beispiel bei meinem Mate 2 18 Pro. So, hier ist auch angedeutet, Fingerabdruckscanner. Und ihr seht, geht wesentlich schneller. Und was ich euch noch sagen kann, der Fingerabdruckscanner ist deutlich zuverlässiger. Das ist jetzt gerade verbunden mit meiner Kamera. Nicht nur das, auch die Gesichtserkennung ist hier bei meinen 18 Pro wesentlich zuverlässiger, als bei meinen Note 20 Ultra. Ja, das ist halt Mate 2. Mate 2 ist auch mal sehr, sehr fortschrittlich, was, naja, so ziemlich alle Technologien angeht. Nicht unbedingt wegweisen, wie zum Beispiel Xiaomi, aber sehr, sehr guter Standard. Nun, ich habe euch jetzt ja nicht umsonst das IQ9 Pro gezeigt. Das ist ja ein aktuelles Flaggschiff. Das Mate 2, ne, das ist ja jetzt vom letzten Jahr. Das 020 Ultra ist vom vorletzten Jahr. Und das Atrix ist von 2011. Ich möchte euch so ein bisschen, ein bisschen zumindest, die Geschichte des Fingerabdruckscanners heute zeigen. Es geht hauptsächlich darum, wo befinden wir uns heute. Und wie könnte man das besser beurteilen, als wenn wir uns halt ein aktuelles Flaggschiff vornehmen. Und das ist eben zum Beispiel das IQ9 Pro, ich werde dafür jetzt keine Werbung machen, dient jetzt hier zu Demonstrationszwecken. Man muss sich ja die Frage stellen, was kann man mit einem Fingerabdruckscanner halt noch machen? Klar, man kann es wie Apple machen und sagt, ähm, ja, also entweder wir entwickeln es halt weiter, so wie es die anderen machen, oder, hä, wir streichen den einfach ersatzlos. Mehr oder weniger ist jetzt nicht so. Ja, im letzten iPhone, im aktuellsten iPhone, was rausgekommen ist, haben wir ja einen Fingerabdruckscanner. Und das ist dann, ja, ähnlich der ersten Generation. Also ich rede ja vom iPhone SE 2022. Da ist ja noch ein Fingerabdruckscanner verbaut. Aber beschäftigen wir uns nicht damit, weil das steht ja nicht gerade vor Fortschritt, sondern das steht ja einfach mal für, naja, vergangene Zeiten, nicht wahr? Einen Apple Store besuchen, das ist für mich inzwischen eigentlich wie wenn man so ein Museum für Vorzeitgeschichte besucht. Also wenn man so die Entwicklung des Menschen so ein bisschen nachvollziehen kann. So kann man in der Apple Store so ein bisschen die geschichtliche Entwicklung der Technik nachvollziehen. Ist eigentlich recht spannend. Ich hab jetzt grad spontan mal wieder Bock in ein Museum zu gehen. Also in dem Fall halt in der Apple Store, weil muss ich keinen Eintritt bezahlen. Schauen wir uns das IQ mal an. Aktivieren wir mal eures Display. Und schaut euch mal jetzt meinen Fingerabdruckscanner an. Okay. Ich denke mal, es ist ziemlich auffällig. Das ist klassisch. Das ist das, was wir kennen. Also jetzt außerhalb von Apple. Es tut mir echt so leid. Aber dass Apple sich in manchen Bereichen technologisch selbst so krass abhängt. Ich verstehe es nicht. Ist ja nicht so, dass die keine Kohle hätten da zu investieren. Also beschränken wir uns darauf bei Android Phones. Ne, wir nehmen Apple einfach mal raus hier aus diesem Vergleich. Also bei Android Phones ist das ja so der Standard, den wir kennen. Hier ist das kleine Symbol für den Fingerabdruckscanner. Und da sollte ich meinen Daumen dann auch platzieren, damit ich das Gerät entsperren kann. Und ja, das ist dann auch die Geschwindigkeit. Das IQ9 Pro, eins der Vertreter der neuen Generation mit Fingerabdruckscannern. Und dann schaut euch mal diesen riesigen Bereich an. Hier kann ich es mir jetzt aussuchen, wo ich meinen Daumen platziere. Zum Beispiel rechts oben. Funktioniert. Oder vielleicht links oben. Das funktioniert auch. Das hat den Vorteil, ich muss halt nicht mehr so präzise auf einen ganz bestimmten Punkt zielen, um das Gerät zu entsperren. Ich habe einen viel größeren Bereich und ich kann jetzt viel lockerer das Telefon entsperren als vorher. Ich muss eben nicht mehr so genau zielen. Und schaut mal, wie schnell der jetzt ist und wie zuverlässig der ist. Und Freunde, alle denen, die meine Videos schon länger kennen, die wissen, ja, meine Hände sind halt sehr rau und ich habe Hände von einem Bauarbeiter, ohne dass ich auf dem Bau arbeite. Ich sollte Hip-Hop-Texte schreiben. Ich habe Hände wie ein Bauarbeiter, ohne dass ich auf dem Bau arbeite. Zieht euch das mal rein, Freunde. Das ist für mich Fortschritt. Im Übrigen, das ist keine Wärmung für das Telefon. Das ist ein Flaggschiff und ihr wisst, was ich von Flaggschiffen aktuell halte. Abgerissen davon, dass das Gerätunterlass zu heiß wird. Könnte man auch auf den Bau einsetzen. Ich meine, irgendwo muss man doch immer mal irgendwas schmelzen, oder? Das ist jetzt nur zur Demonstration, um euch zu zeigen, wie weit wir jetzt sind. Schnell, zuverlässig. Kommt auch mit meinen Pfoten klar. Das 20 Note Ultra zum Beispiel hat ein Problem. Die Gesichtserkennung ist nicht so zuverlässig. Der Fingerabdruckscanner ist nicht so zuverlässig. Dann haben wir ja, wie gesagt, die Zwischenstufe. Mein Mate 2 18 Pro. Und ich zeige das nur von der Rückseite, damit ihr mein cooles Einhorn sehen könnt. Das ist mindestens so hip wie ich. Mindestens. Und das Mate 2 18 Pro, das kann man genau dazwischen legen. Das ist so die erste Generation, ganz, ganz grob. Der In-Display-Fingerabdruckscanner. Und auch so, was die Gesichtserkennung angeht. Dann kommt eben das 18 Pro. Ist schon schnell, ist schon zuverlässig. Fingerabdruckscanner, aber auch die Gesichtserkennung. Und dann kommt eben ganz aktuell das IQ 9 Pro. Die Gesichtserkennung, sage ich jetzt mal, auf dem gleichen Level wie das 18 Pro. Das ist wirklich schon sehr gut. Aber die deutliche Entwicklung nochmal bei dem Fingerabdruckscanner. Ebenfalls schnell und zuverlässig. Aber ein viel größerer Bereich, wo ich meine Finger ansetzen kann. Super geil. Und auch richtig schnell und zuverlässig. Eben auch, wenn man, wie ich, eben Probleme hat mit dem Fingerabdruckscanner, weil die halt nicht so gut funktionieren. Die mechanischen Fingerabdruckscanner, da haben meine Hände nämlich keine Probleme. Aber so die ersten Generationen, der In-Display-Fingerabdruckscanner, habe ich große Probleme. Gerade eben nach so ein paar Wochen. Also bei meinem 020 Ultra, muss ich so aller vier, naja, aller sechs Wochen ungefähr, muss ich meinen Finger neu einscannen, weil der erkennt den halt irgendwann einfach nicht mehr. Oder macht es dann nur einen Unterschied, habe ich trockenen Hände, habe ich nasse Hände, dann kann der den schon mal nicht mehr erkennen. Also sollte ich jeweils mit nassen und trockenen Händen halt meinen Finger einscannen. Und wie gesagt, sonst sind ja Probleme. Bei meinem MESU Pro, gar nicht. Ich habe am Anfang einmal eingescannt und seitdem absolut zuverlässig. Absolut geil. Wie gesagt, die Gesichtserkennung auch absolut zuverlässig. Spitze der Evolution, das ist halt jetzt das Beispiel, eben das IQ 9 Pro. Absolut zuverlässig, absolut schnell und eben noch so ein großer. Ich denke mal, die werden ihn noch größer machen, dass irgendwann halt der gesamte untere Displaybereich, dass der halt dann auch ein Scanbereich ist für den Finger. Man setzt ihn halt irgendwo hin, zack, aufs Display und das Display wird halt entsperrt. Das ist Komfort, ich sage es euch so, wie es ist. Ich sage jetzt nicht, Leute, gebt jetzt 700 oder 800 Euro aus für einen IQ 9 Pro by Trane. Das kann ich euch gerne nochmal in der Videobeschreibung verlinken, nur damit ihr einen größeren Bereich für einen Finger habt. Das ist Blödsinn. Das ist letztendlich nur Komfort. Die gesamte Bedienung in Bezug auf Sicherheit mit dem Smartphone macht es einfach besser. Aber deshalb würde ich nicht unbedingt ein Telefon kaufen. Das ist natürlich Blödsinn. Man sollte echt mal überlegen, was brauche ich? Und nicht, was ist ein Fancy oder macht mir das Leben ein ganz kleines Stückchen leichter? In dem Zusammenhang muss man natürlich, oder will ich auch einfach nochmal herausstellen, auch einfach, weil Apple immer noch so mega erfolgreich ist, weil es jetzt schon irgendwie in den Raum steht, auch dass es SE 2022, obwohl es technologisch teilweise absurd hinterherhängt und längst abgehängt wurde in dem Preisbereich von so ziemlich allen Android-Smartphones, was er wirklich erstmal ein Hersteller schaffen muss. Dann will ich halt an der Stelle nochmal festhalten, dass Apple sich halt in Bezug Sicherheit und Fingerabdruckscanner gar nicht weiterentwickelt hat und stattdessen eben den Fingerabdruckscanner einfach aus dem Programm gestrichen hat. Den gibt es eben nur noch im iPhone SE 2022 und das ist, wie ich schon erwähnt hatte, das schlechteste Gerät in dem Preisbereich im Jahre 2022. Und nicht nur das, auch im Jahre 2021. Apple stand ja mal für die Sicherheit am Smartphone. Viele dachten, ja Fingerabdruckscanner, es kam halt alles von Apple, was ja nicht mehr stimmte. Das war ja im Prinzip nur Gerüchte gewesen, die sich hartnäckig im Netz gehalten hatten. Und obwohl Apple heute so irgendwo als Vater des Fingerabdruckscanners steht, verbauen die heute keinen mehr. Geschweige denn, dass die diese Technologie halt weiterentwickeln. Stattdessen haben wir heute eben einen IQ9 Pro, wo ich sage, das ist wirklich beeindruckend. Ob ich dann jetzt hier in so einem kleinen Spielzeug einen A15 oder einen A14 oder einen A13 habe, das ändert für den normalen User nichts. Der merkt das überhaupt nicht. 99% der Nutzer vom iPhone SE 2022 werden keinen Unterschied merken in der Geschwindigkeit zum Vorgänger. Außer Apple Patch mit Absicht die Geräte wieder langsamer. Aber sowas, muss ich sagen, feiere ich echt schon hart ab. Ich weiß, dass ich ein Review eigentlich erwähnen soll. Hatte ich tatsächlich einfach vergessen. Deshalb habe ich jetzt dieser neuen großartigen Technologie nochmal ein extra Video gewidmet. Und damit habe ich hoffentlich diesen Fauxpas aus dem Review vom IQ9 Pro ein bisschen ausgebügelt. Ich danke euch immer für das Zuschauen. Ich hoffe, ihr fandet es interessant. So ein kleiner Blick in die Vergangenheit und einen in die Zukunft. Wir sehen uns auf dem nächsten Video wieder. Wenn ihr das hier interessant fandet, dann, ich habe noch einen TikTok-Kanal und eine Videobeschreibung. Ich habe noch einen Drittkanal auf Odyssey, auch eine Videobeschreibung, geht es aber um Politik. Dann habe ich meine, ach, ihr kennt alles. Und ihr könnt abonnieren, ein Like da lassen. Bis zum nächsten Video. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020